Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße euch willkommen und wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 26. Mai 2020. Und das Wort für den heutigen Tag, das finden wir im Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen, Kinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Hier wieder sehr schön, wie menschlich hier von Gott gesprochen wird. Da sitzt Gott da oben im Himmel und schaut mit seinem Fernglas oder auch nicht Fernglas auf die Menschenwelt herab und sucht etwas. Und was sucht er? Er sucht nach jemandem, der klug sei und darum nach Gott fragt. Allein das ist ja schon interessant, nicht wahr? Ja, Menschen, die nach Gott fragen, sind in den Augen Gottes klug. Wer Gott einen guten alten Mann sein lässt, ist dumm. Ich meine, das erklär aber mal einen Dummen, der in seiner Welt gefangen ist. Wir Christen sind ja Glaubende und fragen nach Gott. Uns ist das einsichtig. Aber erklär mal einem Dummen, dass da etwas ist, was er zwar nicht sehen kann, aber für sein Leben, für unser aller Leben essentiell wichtig ist. Da sind zwei Goldfische in einem Wasserglas. Da sagt der eine Fisch zum anderen, Du, ich habe mich umgesehen, wir beide sind die einzigen Hübschen hier. Na klar, der winzige Fisch kann halt nur seine eigene kleine Welt sehen. Er kann den Menschen außerhalb des Glases, der sich permanent um das frische Wasser kümmert, das Futter gibt und den richtigen Platz wählt, etc. Er kann diesen Menschen nicht sehen. Und er weiß auch nichts von den großen Ozeanen, denen es Billionen ihresgleichen gibt, geschweige denn den Milliarden von anderen Menschen. Wir sind die einzigen Hübschen hier? Ja, so verhalten sich Menschen, die dumm sind. Für sie ist da kein Gott, der uns mit allem versorgt, von dem wir herkommen und zu dem wir zurückkehren und Rechenschaft ablegen müssen. Darum kümmern sich solche Menschen auch nur um sich selbst. Jeder Mensch ist sein eigener Kosmos, um den sich dann alles selbst dreht. Auf das Wasserrad des Egos wird alles geleitet, was es in Bewegung hält. Selbst Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen und Wohltaten, die sind da, um das Ich zu stärken, zu streicheln und zu erhalten. Ja klar, es gibt genügend Menschen, die Gutes tun, ohne nach Gott zu fragen. Und das ist interessant, was Jesus selber dazu sagt. Sie tun es für Gott, ohne es zu wissen. Lest mal Matthäus 25. Gott bindet sich an das Gute, das sie den anderen tun. Menschen jedenfalls, die nach Gott fragen, vermögen jedoch, das eigene Ich hinten anzustellen und den anderen zu sehen, den der Hilfe braucht, die, die schwächer sind und durch unsere Sozialnetze fallen. Das ist ja auch nun wieder interessant. Der Vers nach unserem Losungstext verbindet mit dem Glauben an Gott nicht nur die Klugheit, sondern auch das Gute tun. Wer nach Gott fragt, ist klug und hat die vor Augen, die Gott ganz besonders wichtig sind, die Armen. Vers 3 Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Der Psalm nimmt die Klage aller Propheten im Alten Testament auf. Die Klage darüber, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Amos, Micha, Jesaja, Jeremia, vorneweg. Sie, die Gottlosen, die Haus an Haus rein und Acker und Acker fügen, die den Hals nicht voll kriegen, bis ihnen das Land gehört, das ganze Land. Sie sind es, die mein Volk verschlingen. Und jetzt interessant diese Redewendung. Gegenwärtig fallen mir jene ein, die für unser Billigfleisch in den Discountern sorgen. Sich zu zwölft ein Zimmer teilen müssen, dafür noch 250 Euro Miete zahlen, die gleich abgezogen werden, ohne Vertrag und ohne tariflichen Schutz. Überstunden schuften um Überstunden bis zum Unfallen. Das tun sie nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil es ihren Familien noch dreckiger geht und sie es dorthin schicken, was sie selber zum eigenen Leben nicht brauchen. Niemand macht von denen den Mund auf. Das wissen die Gottlosen, die Dummen. Diese Gottlosen, sie fressen mein Volk, wie man Brot isst. Gott will nicht, dass es dauernde Armut gibt. Nicht in seinem Volk, nirgendwo, das widerspricht seinem Segenswillen. Und uns, die wir nach ihm fragen, lenkt er den Blick auf diese Missstände. Wir sollten die Ersten sein, die das ans Licht zerren und für das Recht der Rechtlosen kämpfen. Ja klar, das ist gefährlich. Jesus selbst hat es das Leben gekostet. Das Reich Gottes, das mit Jesus hier auf Erden begonnen hat, das will sich ausbreiten. Jesus wird das letzte Wort halten. Nicht die Dumme. Das will sich ausbreiten, das Reich Gottes. Und dazu braucht Gott alle, die klug sind, die nach ihm fragen und das wollen, was er will. Die heutige Tageslosung will uns also hellwach machen für die Not der anderen, klug sein, nach Gott fragen, lieben, was er liebt, mit der Vorliebe, mit der besonderen Vorliebe für die Armen. Es segne euch Gott, der Vater, der nach dir Ausschau hält. Es segne dich, Jesus Christus, der uns der konische Liebe vorliebte. Und es segne euch, der Heilige Geist, der uns den Blick auf die Benachteiligten lenkt. In diesem Sinne, euch allen einen gesegneten Tag.